Wenn es mit dem Bäuerchen nicht so klappt wie gewünscht, hilft möglicherweise eine andere Technik. Die erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In den ersten Lebenswochen haben manche Babys große Schwierigkeiten, die überflüssige Luft aus dem Magen wieder loszubekommen. Deshalb wollen alle Eltern ihrem Baby bestmöglich dabei helfen. Die gängige Methode, das Kind an die Brust zu nehmen und es so beim Bäuerchen machen zu unterstützen, hilft aber nicht immer. Versuchen Sie es doch einfach mit dem, wie ich es nenne, optimierten Bäuerchen. Und das geht so. Das Baby wird mit seinem Bauch nicht an, sondern auf die Schulter gelegt, sodass der Kopf auf dem Rücken von Mama oder Papa zum Liegen kommt. Das sieht nur scheinbar unbequem aus, denn den meisten Babys gefällt diese Lage. Weil Druck auf den Bauch ausgeübt wird, stoßen sie tatsächlich oft schneller und besser auf. Dabei kommt auch mal etwas Milch mit der Luft mit und deshalb unbedingt eine Stoffwindel oder ein Handtuch unterlegen. Und ganz wichtig, halten Sie das Baby mit der ganzen Hand sicher fest, indem Sie seinen Oberschenkel umklammern. Sanfte Schaukelbewegungen können Sie leicht erzeugen, wenn Sie dabei langsam herumlaufen. Und die freie Hand findet meist automatisch Babys Rücken zum zarten Beklopfen. Schon manche zunächst sehr skeptischen Eltern wurden eines Besseren belehrt, wenn sie diese Methode ausprobierten. Viele Babys beruhigen sich in dieser Position schneller und schlafen sogar dabei ein. Versuchen auch Sie es einfach mal mit Ihrem Baby. Ein Versuch lohnt immer und Kosten tut's auch nix.